Die Parfümerie Akzente GmbH wurde 1995 von meiner Mutter gegründet. Wir haben nunmehr 25 Geschäfte. Hier im Herzen von Heilbronn sind wir mit unserem Flagship Store seit nunmehr fünf Jahren. Wir haben qualifiziertes Fachpersonal in unseren Parfümerien, speziell ausgebildete Kosmetikerinnen in unseren Beauty-Longes und Friseurinnen und Friseure in unseren Akzente Herdesign Geschäften. Bestmöglicher Service rund um das Thema Beauty und ein gelungenes Einkaufserlebnis. Das sind die Bausteine des wirtschaftlichen Erfolges, zusammen mit Herzblut und Leidenschaft für Düfte und Kosmetik. In den Parfümeriefilialen werden bewährte Produkte, aber immer auch vielversprechende neue Trendmarken geführt. Die Akzente GmbH ist ein Familienunternehmen und in dieser Konstellation einzigartig. Parallel wird mit einem Filialnetz und mit Onlinehandel operiert. Der Online-Shop unter dem Namen Parfum-Dreams.de ist der zweitgrößte Anbieter in Deutschland mit über 1,5 Millionen Kunden. Das Logistikzentrum und auch der Sitz des Unternehmens befinden sich in Pvedelbach im Hohenlohe-Kreis. Wir befinden uns in unserer Logistik, die wir 2014 neu gebaut und eröffnet haben. In diesem Logistikzentrum werden über 500 Marken mit ca. 36.000 Produkten jeden Tag verarbeitet. Hier gehen bis zu 10.000 Pakete jeden Tag an unsere Kunden raus. Wir arbeiten hier mit modernster Software, alles eigene Entwicklung. Unsere neueste Errungenschaft und die modernste Errungenschaft ist ein vollautomatischer Abkommissionier-Roboter, in dem mit ca. 60.000 Produkte gelagert werden können und vollautomatisch abkommissioniert werden. 2016 haben wir unsere erste Eigenranke gelauncht, Glanfium, mit den Linien True Story und True Story for Men und ist derzeit der erfolgreichste Duft bei uns im Sortiment. Die Zukunftsaussichten sind wirklich sehr vielversprechend. Wir wachsen seit Jahren gegen den Trend. Unsere Innovationskultur ist von Erfolg geprägt und deswegen mache ich mir über die Zukunft keine Sorgen. Die Zukunftsaussichten sind wirklich sehr vielversprechend. Die Zukunftsaussichten sind wirklich sehr gut. Und wie viel von der Zukunftsaussichten ist wirklich sehr vielversprechend. Vielen Dank.